Herzlich und Willkommen zum zweiten Versuch dieser Aufnahme, ja das ist jetzt die beste Anmoderation ever, denn mein Rechner ist vorhin abgestürzt und deswegen joinne ich jetzt auch ganz schnell, ich habe nämlich noch ein bisschen Restzeit, hoffe ich zumindest, mein Rechner ist mitten in der Aufnahme abgeschmiert, das ist alles verloren gegangen, was ich bis jetzt hatte, ich hoffe, dass es jetzt nicht abstürzt. So genau, ich habe jetzt noch die Hälfte der Zeit, hier ich habe nichts gemacht außer ab da vorne gebaut halt und ich höre hier Lava, da ist irgendwo Lava, was ich ziemlich gut finde, weil das auf eine Höhle schließen lässt. Ich bin jetzt komplett aus dem Konzept gebracht, die ganze Aufnahme ist fast gelaufen, ja, weil die Zeit läuft halt immer weiter, so das ist aber jetzt schon mal nice, dass wir hier sowas haben, weil mit Glück finden wir jetzt echt Dias, das wäre jetzt schon echt nice für die zweite Folge, ein paar Dias würde ich feiern. Ein Wassereimer wäre jetzt auch echt praktisch, wahrscheinlich ist es, so wie ich mein Glück einschätzen kann, ist es bei mir so, dass ich hier entweder Lava reinfalle oder dass so eine Mini-Höhle ist, wo keine Dias zu finden sind. Wahrscheinlich ist es einfach so eine Mini-Höhle, oder? Oh, die gehen noch ein Stück weiter, ein ganzes Stück. Also ein Wassereimer wäre jetzt auch nice. So, jetzt haben wir aber schon mal sechs Stück, das ist gut. So, dann nehme ich das hier mal, zack, klop die da hin. Ach man, ich muss mich nicht beeilen, ich muss eigentlich hier echt schneller sein jetzt. Na, und was mache ich denn hier? Ich habe halt kaum Zeit und... ...ich fallen jetzt hier wahrscheinlich gleich in die Lava rein oder so. Als ob ich hier vorhin einfach so einen dran vorbeigebaut habe, geil. So, hier ist... Ich weiß nicht, ich habe mal irgendwie sowas gehört, dass Redstone in der Nähe von Dias ist, aber ich weiß nicht, ob ich dem irgendwie vertrauen kann. Ich habe das irgendwann mal irgendwo gehört. So ein Wassereimer wäre jetzt echt richtig gut. Aber naja. Ich guastle uns jetzt einfach mal durch die Gänge hindurch. Und hoffen, dass das hier jetzt nicht so eine... Ich weiß nicht, dass das hier jetzt nicht so eine Mini-Schlucht nur ist. Ich habe dieses so übergefühlt irgendwie. Ja, super. Ach Leute, ist das nicht genial. Ich liebe es. Ach Mensch. Wir haben jetzt in der zweiten Folge auch noch nichts wirklich Sinnvolles gefunden. Oh mein Gott, war das eine Horroraufnahme, ey. Ohne Scheiß, Leute. Ist eigentlich eine schreckliche Aufnahme. So, ich werde gleich gekickt. Die Koordinaten habe ich. Hier wastle ich einmal kurz zu. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Leute. Zack. Das habe ich jetzt nicht auf Verhörte. Okay, Leute. Es tut mir echt leid. Wir haben in dieser Folge gar nichts geschafft. Wir haben einen Lavasäge gefunden, der uns nichts bringt. Ein bisschen Eisen. Sonst nichts. Mein Rechner ist in der Aufnahme abgeschmiert. Und das ist eben so geregelt, dass die Zeit dann immer weiterläuft auf dem Server. Das heißt, ich habe halt nur diese zwölf Minuten. Wenn ich meine Rechner abschmiert, mein Problem. Das heißt, ich hatte jetzt noch nicht mal mehr die Hälfte der Zeit. Und ja. Ist scheiße gelaufen. Aber. Scheiße war es. Naja. Wenn es euch dann doch gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Abonniert den Kanal, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis morgen. Bis zur nächsten Folge. Baro. Und dann. Ciao. Ciao. Ciao.